Willst du wirklich dein hart verdientes Geld in eine Dubai-Immobilie investieren, ohne den wahren Wert zu kennen? In Dubai gibt es zahlreiche Scammer, die nichts lieber tun würden, als uninformierte Käufer auszunutzen. In diesem Video zeige ich dir, wie du solche Fallen vermeidest und den gerechtfertigen Preis für deine Immobilie ermittelst. Nachdem du dieses Video gesehen hast, wirst du genau wissen, wie eine fundierte Bewertung einer Dubai-Immobilie durchzuführen ist und wie du sicherstellst, dass deine Investition geschützt ist. Herzlich Willkommen, mein Name ist Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz. Wir begleiten Immobilieninvestoren unabhängig und neutral und finanzieren Immobilien in Dubai. Wusstest du, dass der Immobilienmarkt für uninformierte Käufer eine Vielzahl an Risiken birgt? Zwar sind Details in der Vertragsgestaltung und des Kaufablaufs anders als in Deutschland geregelt, doch die Grundlagen eines Immobilieninvestments gleichen sich mehr oder weniger mit denen in Deutschland. Große Risiken gibt es bei den Vertragsdetails, aber auch undurchsichtige Maklerkosten und vor allem überhöhte Kaufpreise. Denn jeder Makler profitiert von einem möglichst hohen Kaufpreis, denn die Maklerprovision wird prozentual fällig. Das führt zu einer Vielzahl an Scams in Dubai. Bei Maklern sehr beliebt ist der Top-Up-Scam, mit dem Verkäufer und Makler zusammen eine Vereinbarung treffen und eine Immobilie überteuert verkaufen. Dabei wird der sogenannte Top-Up, also der unberechtigte Aufpreis zwischen beiden, dem Makler und dem Verkäufer geteilt. Das ist prinzipiell nichts Negatives. Es wird aber ein Scam, wenn der Makler durch einen zusätzlichen, sehr starken Anreiz dazu animiert wird, eine Immobilie, die deutlich über dem Marktpreis liegt, zu verkaufen. Nur, um dann neben den üblichen Maklerprovisionen von 2% noch einen deutlich höheren Aufschlag zu erhalten. Du kannst dir sicher vorstellen, dass ein solcher Makler alles dafür tun würde, dich von dem Kauf dieser ganz speziellen Immobilie zu überzeugen. Es ist ein Zeichen von Scammern, wenn neben einem schlechten Angebot auch noch zeitlicher Druck, Verknappung oder ein anderes Druckmittel hinzukommt. Sei vorsichtig, wenn alles darauf abzielt, schnell handeln zu müssen. Gern drängen Makler dann auch noch darauf, sich beim Kauf einer Immobilie durch einen Vollmachtnehmer vertreten zu lassen. Das ist zwar prinzipiell nichts Falsches, doch wenn es nur darum geht, den Deal möglichst schnell über die Bühne zu bringen, kann auch das ein Zeichen sein, bei dem man vorsichtig sein sollte. Denn eine Immobilie zu kaufen, die man noch niemals besichtigt hat, ist nicht nur fahrlässig, sondern höchst gefährlich. So ist es schon vorgekommen, dass falsche Bilder dem Kaufinteressenten zugespielt wurden. Denn eins können sehr viele Makler sehr gekonnt. Durch verschiedene Maschen wird Vertrauen aufgebaut und gutgläubige Menschen hinterfragen dann schnell Aussagen nicht mehr so neutral, sondern glauben an das Gute im Menschen. Das ist prinzipiell genau die richtige Einstellung. Übrigens auch eine Einstellung, die ich selbst teile. Aber wenn es um Immobilien in Dubai geht, gilt höchste Vorsicht. Nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Deshalb ist es wichtig, den Makler zu verstehen, selbst kritisch über Angebote zu schauen und Kaufpreise zu recherchieren oder einen neutralen Berater an seiner Seite zu haben. Denn Dubai ist weltweit eine der transparentesten Immobilienmärkte überhaupt. Jeder tatsächlich beurkundete Kauf wird hier mit Kaufdatum und Preis exakt veröffentlicht. Niemand muss also spekulieren, ob der Kaufpreis tatsächlich marktgerecht ist oder nicht. Seiten wie dxbinteract.com nutzen die Schnittstelle des Dubai Land Departments, kurz auch DLD genannt. Das ist das Grundbuchamt Dubais. Zusätzlich kannst du aber auch ein unabhängiges Gutachten beantragen und dir vom Kaufvertrag der sogenannten Form F ein Rücktrittsrecht einräumen lassen. Denn bei einem Immobilieninvestment geht es natürlich auch darum, Chancen zu nutzen und bei seinen Entscheidungen richtig zu liegen. Doch vor allem geht es auch darum, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, kein Geld zu verlieren und eben nicht falsch zu liegen. Betrachte für einen Moment, dass alles, was ich dir eben gesagt habe, im Wesentlichen nur für fertiggestellte Immobilien gilt. Der ganze Hype um Off-Plan-Immobilien ist oft aber der größte Scam. Off-Plan-Immobilien sind Immobilien, die sich gerade noch in der Bau- oder sogar erst sogar noch in der Planungsphase befinden. Hier winken nicht nur utopische Maklerprovisionen, sondern es fehlen die wesentlichen Sicherheitsmerkmale wie bei einer fertiggestellten Immobilie. Wenn man dann Off-Plan-Projekte noch in einem geschlossenen Vermietungssystem kauft und selbst nicht über den Mieter entscheiden kann, ist man als Investor der Willkür ausgeliefert. Bevor ich auf meine persönlichen Erfahrungen und Ratschläge komme, möchte ich ganz kurz Dubai Finanz vorstellen. Wir bieten unseren Zuschauern regelmäßig spannende Einblicke rund um das Investieren und das Leben in Dubai. Wenn dich das ebenfalls interessiert, abonniere gerne unseren Kanal. Und wenn du montags an unserer Fragerunde teilnehmen möchtest, folge uns einfach auf Instagram und schau dir montags unsere Storys an. Dort kannst du Fragen stellen oder als stiller Teilnehmer dabei sein. Doch wie gehst du nun konkret vor, wenn du dich für eine Immobilie in Dubai interessierst? Und wie vermeidest du es, Geld zu verlieren und den gerechtfertigten Preis zu ermitteln? Bevor ich darauf im Detail eingehe, möchte ich dir etwas aus meinen persönlichen Investments in Dubai berichten. Ähnlich wie in Deutschland kaufe ich in Dubai Primärimmobilien in sehr guten Lagen. Ja, ich würde sogar behaupten, dass Immobilien in Premium-Lagen wie zum Beispiel in Jumeirah Beach Residences, kurz auch JBR genannt, das ist der Strandabschnitt in der Dubai Marina und damit eine 1A-Lage. Ebenso in Downtown Dubai, also der engere Kreis um den Burj Khalifa. Das sind mit die besten Lagen Dubais. Sollte es in Zukunft zu einer kleinen Abkühlung des Marktes kommen, bleiben absolute Spitzenlagen preisstabiler als Randlagen. Das hat zum Beispiel auch der Corona-Crash gezeigt, in dem durch mangelnde Liquidität im Markt praktisch alle Aktienunternehmen weltweit massive Kursverluste erlitten haben. Gleiches galt auch für Immobilien in Dubai. Eins zeigen die Daten aber, Premium-Lagen und Premium-Gebäude waren weniger von Panikverkäufern getrieben als Randlagen. Doch warum erzähle ich dir das alles und was hat das mit einem gerechtfertigten Preis zu tun? Eins ist mir wichtig. Mir geht es darum, dass Immobilieninvestoren hier langfristig erfolgreich investieren und dabei ist es von besonderer Wichtigkeit, auch mit einem langfristigen Zeithorizont zu denken. Natürlich ist es wichtig, zu einem guten Kaufpreis einzusteigen und über die angesprochenen Möglichkeiten von der Transparenz des Dubai-Marktes zu profitieren. Doch was passiert nach dem Kauf? Wie möchtest du die Wohnung vermieten und passt dies in die Auswahl der Immobilie? Wie könnte sich die gekaufte Immobilie langfristig entwickeln und was passiert, wenn der Immobilienmarkt sich eines Tages abkühlen sollte? Wie du siehst, geht es bei einer Fragestellung und der richtigen Kaufpreisverbindung nicht nur darum, im Einkauf alles richtig zu machen, denn genau dort fängt alles an. Aber auch in die Zukunft zu planen und auch, wenn man beabsichtigt, die Immobilie langfristig zu halten, sind Exit-Strategien besonders wichtig. Gerade professionelle Investoren, die analytisch und systematisch ein Investment herangehen, überlegen bereits vor dem Kauf der Immobilie, welche Exit-Möglichkeiten bestehen und beziehen dies in ihre Kaufentscheidung ein. Flexibilität bei der Vermietungsart ist ebenso eine wichtige zukünftige Weichenstellung. Die Wahlmöglichkeit bietet und sicherstellt, dass die Immobilie auch langfristig und bei Marktveränderungen oder Nachfrageveränderungen attraktiv vermietet werden kann. Genau dieses Vorgehen ist es, das du brauchst, um dich vor Abzocke im Immobilienmarkt zu schützen und langfristig erfolgreich Geld zu verdienen. Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht? Wenn du darüber nachdenkst, in Dubai zu investieren und nach einem zuverlässigen Berater und Mentor suchst, der dich im gesamten Kaufprozess unabhängig begleitet, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Eugen Zimbelmann und als erfahrener Immobilieninvestor, Finanzierungsspezialist und unabhängiger Berater habe ich ein spezielles, persönliches Immobilienmentoring-Programm entwickelt und bereits vielen dabei geholfen, eine Immobilie in Dubai zu finden, zu erwerben oder auch zu finanzieren. Falls du Unterstützung suchst und kein Geld in diesem Markt verlieren möchtest, kontaktiere mich kostenlos und gemeinsam finden wir die beste Lösung für dich.